Ich habe hier ein kleines Glas, da ist Creme drinnen. Und da haben wir ein bisschen Öl dazu gemischt, Sonnenblumenöl. Für was ist jetzt das? Ich habe letzte Woche eine richtig scharfe Grippe gehabt und total erkältet. Und dann ist mir die Monika begegnet, eine, die sich brutal gut auskennt mit Naturheilmitteln und Kräutern und solchen Dingen. Und sie hat gesagt, nimm einen Creme, fein gerieben und ein Öl dazu und nachher nimmst du jede Stunde einen halben Teelöffel von dem Creme. Das Öl deswegen, damit der Creme nicht zu scharf wird. Und das habe ich noch gemacht. Du, am nächsten Tag, wie verflogen. Also man kann sich selber ein Antibiotika machen. Wirklich ein geniales Antibiotika. Und scheinbar ist auch der schwarze Rettich extrem hilfreich, wenn wir ein Antibiotika brauchen. Oder eben Creme. Mir taubt das, weil es natürlich ist, weil es funktioniert und bin ja wieder gesund. Hocke ich wieder auf dem Dach da oben. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.